So, und jetzt haben wir hier natürlich, ähm, bestimmt auch wieder zwei von den Boys. Natürlich haben wir zwei von den Boys. Jetzt müssen wir natürlich erst mal gucken, was die hier so für tolle Sachen machen. Ähm, auf jeden Fall müssen wir mal hier so ein bisschen Ganyu-Sachen reinsetzen. Barbara-Sachen können wir mal noch machen. Äh, auch noch mehr Ganyu-Sachen, damit wir die Bild geht. Wunderbar. Da haben wir schon mal eine Gult. Äh, Bennet muss hier auf jeden Fall mal rauskommen. Okay, die machen auf jeden Fall auch Prüo-Geschichten. Das ist nicht ganz so, ganz so sexy. Okay.